Hallo, hey Sweeters. Ihr wundert euch bestimmt über das ausgefallene Format heute als After Action Report. Das ist Nummer 12 und wir nennen es mal Zeit der Unschuld. Das erste, was man im Krieg verliert, ist bekanntlich die Unschuld. Soweit, dass wir im konkreten Krieg sind, ist es zum Glück noch nicht. Das vorweg. Und wir müssen sagen, wir werden sogar belohnt. In einem Bericht wird gezeigt, dass die Erhöhung der Lehrergehälter, die wir letztes Mal veranlasst haben zur Stärkung der Binnennachfrage im Rahmen der Bildungsreform, als kurzfristige Maßnahme, dass das belohnt wurde mit Zustimmung. Wir mussten uns darüber hinaus in der Familie entscheiden, wie wir umgehen mit dem Versagen unseres Sohnes in den Schulabschluss. Also mussten wir uns entscheiden, ob wir aus Liebe zu unserem Sohn uns für den Nepotismus oder für die strenge Vaterliebe entscheiden und ernten leider von niemandem Verständnis dafür, dass wir ihn auf die Militärschule schicken, statt ihn teuer einzukaufen in eine der Universitäten, wie das offenbar unser Vorgänger Alfonso gemacht hat. Wir überlegen indessen angestrengt, was wir mit dem übergelaufenen 007 aus Rumburg machen sollen und was es mit ihm auf sich hat überhaupt. Entweder er ist wirklich, was er behauptet zu sein, ein Whistleblower oder zweitens, in diesem Spiel viel wahrscheinlicher, er ist so ein faules Ei, das uns mit falschen Informationen über Rumburg und dessen Pläne informieren soll. Vielleicht sogar drittens ein Kriegsanlass. Entweder, weil er die Lage in Rumburg so schildert, dass wir einen Präventivschlag ernsthaft erwägen sollen, aus deren Sicht, damit sie nicht die Bösen sind. Oder auch als Zeichen, dass wir Kriegslüster sind und die ganzen Militärgeheimnisse Rumburgs ausforschen, obwohl die ja so friedlich sind, nur weil wir die überfallen wollen. Insofern bleibt es spannend, was da weiter passiert. Und wir begehen den höchsten religiösen Feiertag und müssen eine Schlüsselrolle überraschenderweise ausfüllen. Dabei kommt es auf jedes minutiöse Detail an. Gott sei Dank haben wir Lucian. Der brieft uns nämlich gehörig. Wenn ihr das noch nicht vor euch habt, dann kann ich euch nur raten als Tipp, hört auf Lucian. Der Gute weiß, was er tut. Der hat das schon öfters gemacht. Er hat uns auch gesagt, wir hätten es besser als unser Vorgänger Alfonso gemacht, der Schlawiner. So, indessen nimmt uns der Erzbischof überraschend öffentlich die Beichte ab und wir müssen uns entscheiden, wie ehrlich wollen wir sein. Und vor allem wollen wir vor der Abstimmung im Supreme Court über die Verfassungsänderung uns wirklich eine Blöße geben und Schwäche zeigen, dass wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir alles, aber auch alles für Sortland getan haben, was wir hätten tun können. Und, oder ob wir es uns aufs Familiäre zurückziehen und angeben, dass wir uns schuldig fühlen und gesündigt haben, weil wir als Familienvater wegen unseres Einsatzes für Sortland nicht immer allen Wünschen hätten gerecht werden können und erwarten. Für die letzte Variante haben wir uns dann auch entschieden. Wie nicht überraschend. Und die Abstimmung hat sich natürlich genaht im Supreme Court. Es war klar, wir würden versuchen, die Zentristen zu verzaubern und überraschenderweise hat sich eine Möglichkeit aufgetan, den Anführer des Old Guards, Heron Garaci, als Wackelkandidaten vielleicht auch für unsere Sache zu gewinnen. Wie sich herausstellt, wäre das auch bitter nötig gewesen. Zunächst einmal zum Treffen mit den Zentristen. Nia Morgner, Frau Edmunds und ich treffen uns in einem Edelrestaurant, wie das so üblich ist, und nehmen die Liberaldemokratin Edmunds ans Händchen und versuchen ihr Honig um den Bad zu schmieren mit bescheidenem Erfolg. Als wir sagen, unser einziges Bestreben ist, die Demokratisierung voranzutreiben mit der Reform, naja, nennt sie uns alles fast ein Lügner. Auf der anderen Seite fragt sie uns aus wie ein Schulbuben, welche Rolle der Supreme Court eigentlich hätte. Nach einer gewissen Ausfragerei haben wir uns dann doch erlaubt zu fragen, warum diese Fragen jetzt kommen. Und dann ist sie verstummt. Und als wir sie fragten konkret, was wir für sie tun können, hat sie das als Bestechungsversuch aufgenommen. Und zwar nicht in die positive Art und Weise. Ja. Wir hatten noch die Hoffnung, dass zwischen Baum und Borke der alten Reform, bei der es sonst bleibt, der undemokratischen und unserer Reform, sie sich für das Geringere überentscheiden würde, was nicht kam. Dann haben wir Lucian, weil wir dachten, die Nia Morgana als Gegnerin im Supreme Court ist vielleicht etwas verbraucht, auf den Lucian, auf den Garaci angesetzt. Mit Nullerfolg. Stand auch zur Debatte, ob man ihm nicht mit der Brieftasche der Persönlichen unter die Arme greift. Das haben wir aus Rücksicht auf die mögliche Berichterstattung. Und weil wir dem Braten nicht getraut haben, dass er wirklich ein Wackelkandidat ist und das vielleicht nur provozieren will, als schon Provokateur, dass wir wieder das Brieftäschchen zücken. Sei es, wie es sei, das haben wir abgelehnt. Es kam der Moment der Wahrheit, kurz vor Mitteilung des Ergebnisses, bekamen wir ein vergiftetes Geschenk von unserer alten Nemesis Orson Hawker, dem Chef des Supreme Courts. Und der hat uns doch tatsächlich ein Bild geschickt von Sol aus dem Krieg, wie er triumphierend aus seinem ausgebombten Panzertank steht. Und darüber steht, der Sieg ist nah. Die Abstimmung ging dann 9 zu 11 sogar aus. Das heißt, auch von unseren drei Reformisten ist einer dabei gewesen, uns zu verraten. Ja. Also, die Zentristen, die wohl ähnlich orientiert sind wie die Liberaldemokraten, die Zentrumspartei in der Weimarer Republik, muss man Parallelen dazu ziehen. Ja. Wer hat uns verraten? Liberaldemokraten also. Mal sehen, wie es so weitergeht. Ich bin gespannt. Es bleibt zu erwarten, wie der Supreme Court nach dem unbeliebten Ersenfall umgehen wird. Mit der Tatsache, dass er demokratische Reformen unterdrückt als Gericht, als Judikative. Die Gesetzgebung blockiert bei so einer starken Mehrheit von 179 Stimmen von 250. Das muss man auch mal sehen. Es wird so sein und aussehen, als ob der Supreme Court aus eigenem Interesse, aus purem Egoismus jede demokratische Reform im Weg steht. Vielleicht erhöht das sogar den Druck der Bevölkerung, eine noch viel krassere Reform gegen den Supreme Court durchzusitzen. Gleichzeitig, wenn ein Hund, der getreten wird, bellt. Und möglicherweise werden sie versuchen, jetzt irgendwas zusammen zu fummeln, um ein Impeachment-Verfahren gegen irgendjemanden. Möglicherweise auch gegen mich. Eine Namensenthebung anzustrengen. Es gibt noch nichts Konkretes, was darauf hindeutet. Wenn ich an deren Stelle bin, würde ich aber versuchen, auf dem Wege vielleicht mir Gegner vom Halt zu schaffen. Auf der anderen Seite, nicht nur das Parlament erneuert sich ständig, sondern auch möglicherweise der Supreme Court. Es wäre interessant, gerade vor dem Hintergrund, dass der Richter etwas, was sich eigentlich nicht ernsthaft erfolgt hat, eine große Koalition vorgeschlagen hat. Vielleicht werden wir darin jetzt strategisch reingezwungen werden. Tatsächlich. um noch viel tiefgreifende Reformen durchzusetzen. Es bleibt also spannend. Es bleibt auch zu erwarten, wie meine Familie weiter damit umgeht und vor allem, was unser unsicherer Kantonist Peter da so im Schilde führt. Ich habe schon zugestimmt, mit ihm ein Heben zu gehen. Es bleibt spannend, auch auf dieser Seite, absolut. Und wie gesagt, der Agent aus Rumburg, wir haben ihn erstmal interniert an der Küste, an einem Ort, den ich euch natürlich jetzt noch nicht verraten kann, aus Angst natürlich, dass das über irgendwelche Kanäle nach Rumburg durchsickert. Also, Freunde der Nacht, alles denklich Liebe und Gute. Vielen Dank für die unendliche Unterstützung und auch die netten Beiträge im Chat, die ich sehr vermisse jetzt. Ich werde dranbleiben und es so gut als möglich versuchen, den Upload zu schaffen und euch weiter zu inspirieren, wenn ich das vermocht habe. Und bleibt dran, es bleibt spannend. Es sind Achievements für vier Kapitel, wenn ich das so sagen darf. Und wir werden das dann noch sehen. In diesem Sinne, Guts Nächtler, Bye Bye.